Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video zu BFA. Diesmal geht es um einen Teil für den Erfolg Schätze des Tiragadesunds. Ich habe eine durchnässte Schatzkarte bei den Mobs in Freyhafen bekommen. Die beschreiben einen Platz, wo eine Kiste liegen soll. Und zwar geht ihr da am besten an der Insel, wo wir unseren Flugpunkt haben, wo ihr ankommt, ganz nach links und schwimmt dann zum Punkt Koordinaten 55, 46 in der Richtung. Da ist eine Kiste, ihr seht die auch auf der Karte, wenn ihr die Karte in der Tasche habt. Und das ist ein Schiffswrack, das werdet ihr gleich sehen. Und am Ende von diesem Schiffswrack steht dann diese Kiste, die ihr braucht für den Erfolg. Ich hoffe, ihr seht jetzt gerade, wie ich ungefähr schwimme. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Video dafür helfen. Ich habe erst auch gesucht und dann gab es dann, Gott sei Dank, endlich einen Guide gefunden, der mir dann sagte, wo ich ungefähr suchen muss oder wo ich suchen muss. Genau, da ist die Kiste. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Sammeln. Viel Spaß weiterhin an BFA. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.